Kannst hier nicht den Gang blockieren Das ist ein Gründer Das kann doch wohl nicht wahr sein, alter Was ist das? Achso, für eine Seica Ich hör was Ja, hier kommt einer rein Steht irgendwo vor dem Haus Warten Okay Oh, der Beutel Kurzen Prozess, Junge Sehr gut Alter Hab ich den hier rein gebastelt, Junge Wieso schießt die Knarre ewig nicht, alter Dieser Rotzknarre Ich muss mal ganz kurz gucken Ich brauche eine Käsescheibe Ja Jetzt schmeiß ich die blöde Toss weg, alter Ich hoffe, er hat noch Magaziner Achso, oder? Ja Ne, hab doch nicht Ja, da liegt eins Ah, okay Wo? Da, du stehst drauf Ah, sehr gut, danke Ich weiß bloß nicht, wie voll das ist Danke Ich weiß bloß nicht, wie voll das ist Das werde ich schon rausfinden Ich hör was Ich weiß bloß nicht, woher Ich glaub aus den anderen Gebäuden Wollen wir das stören? Das ist da drüben jetzt Ja Ja Boah Die Hose auch nicht rauskommt Ähm Vielleicht von hinten durch die Fenster hab ich mal platzen Ich stürme gleich rein Okay, da ist irgendjemand auf dem Wachtturm oben Ich muss mich Und da ist noch einer draußen Der kommt jetzt zur Tür rein Ist tot Aber einer ist noch auf dem Wachtturm Geil Beutelmetert hier alles weg, Junge Ja So, wie kriegt man den Typen jetzt? Was denn? Na, von dem Wachtturm dort oben Ach so Oder das war der, der auf mich geschossen hat Vielleicht war der nicht auf dem Wachtturm Sondern oben auf dem Berg Und ist runtergekommen Wollte pushen Könnte sein, ne? Das kann natürlich sein Ja, ich hab heute nicht mehr viel Gesundheit Ist jetzt ein bisschen Problem Mhm Au Verrennt einer Was? Ah Okay, der saß noch auf dem Turm Der ist noch auf dem Turm Scheiße Hat er dich erschossen? Ja, und Enos gerannt Wollte mal, ruhig, ruhig Wollte mal, ruhig Wollte mal, ruhig Wollte mal, ruhig Ich hab ihn Ich hab ihn Echt? Geil Na? Na? Ich kenn mich hier nicht aus, Matze Ich brauch klare Ansagen Ich brauch Beutel Ich glaub, ist das dann rechts, oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher? 310 309 Wir müssen hier um die Ecke Der Beutel Der Beutel Was wird's denn? Kannst hier nicht den Gang blockieren Das ist ein Brunter Er fällt runter Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter Das Loch geht doch gar nicht größer Ja Äpf Oh Junge Warum schießt du jetzt auf mich? Ja, weißt du Ich hab den Schlüssel nicht mit Ach du Kacker Hier ist doch der Zug Wir können euch hinterher Aber wir müssen Da vorne rennt, einer Vorne links Ja, ich seh'n Ja, stimmt Ja, ich bin nur der einzige, Trottel Ihr springt alle schön über diese Rampe Und ich bin der einzige, dass ich parke Das einer links Rechts Rechts Jetzt schlingt Durchgedruckt Was denn? Nee 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 Jahr Ja war ich mein Le ppt noch nie Jahr und hier hat mich beiile noch von außen durch die paletten erschossen So Ich hab nicht gesehen wie das sein sollte Aber barte Das Schwein Da hat mich jedenfalls erschossen Warte Was bin ich jetzt? Ich hab n Ich brauch essen und jetzt trinken Ich hab immer noch nichts kurz gemacht Alter, wir müssen uns aber bei einen in den Scheiss 팔�age zu bringen Oh komm, wir haben jetzt keine Zeit jetzt zu essen. Sonst sind die dann alle unten. Wir müssen ja eh erst mal den Weg finden. Ich glaube wir laufen in die falsche Richtung. Ich glaube hier hinten. Ja, hier ist die Sackgasse. Jo, hier geht's runter. Okay. Ja, das sieht gut aus. Oh, da unten wird schon geschossen. Dort. Sehr gut. Ich muss kurz meine Fresse... ...polieren. Okay. War ein PNC, ne? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Hat er für Skaff geschossen, oh. Sieht zwar nicht so aus, aber... Ne, es war ein PNC, äh, Skaff. Ne, doch. Doch ein PNC. Hat er Essen und Trinken? Äh, ne, noch nicht. Ich hab noch nicht so gut gelootet. Ich guck durch. Magazin Plus. Hast du eine Maschinenpistole weiter? Deutet? Äh, na, es dauert alles viel zu lange, ich auch gar nicht so. Okay, ja, kurz weiter. Hier links. Äh, Mission Subjekt completed. Nein, das nur zwischen mir. Nein. Also. Hier, wieder rechts. Na, den Weg kenn ich bereits. Dann fahr doch nicht, wo der lang muss. Genau. Klatschen gleiche Bar. So, zweite Türe, zweite Türe links. Da hinten durch und eigentlich soll das dann sein. Ja. Da können wir entweder looten oder abhauen. Wir müssen unseren Schalter noch betätigen, da hinten. Eskaliert. Ja. Der Schalter ist schon an. Mist. Vorfall der Typ. Das ist ungünstig. Weil? Dann ist der Ausgang weg oder was? Nee, der Ausgang ist noch da. Aber es kann sein, dass wir nicht die einzigen dann sind, die da hinten, dass die da hinten dann campen. Tja, die Ausgänge sind jetzt irgendwie Kacke, die wir haben. Entweder diesen komischen Hermetik Tor, aber das habe ich noch nie aktiviert. Oder... Der ist drinnen. Der ist in dem Raum, wo der Schalter ist. Der kommt nicht. Ja, der ist in dem Raum, wo der Schalter ist. Was? Komm, die Granate, Alter. Hä, wen habe ich denn erschossen? Seid ihr alle beide tot? Ja. Wo ist der Typ? Äh, Herr Beutel, warst du das? Mich hat Pan Kaka erschossen. Ah, okay. Hier liegen drei Leichen. Ja, ich habe einen erschossen, aber frag mich wen, Alter. Durch einen Jusek. Komm, mich hat auch Pan Kaka erschossen. Beutel, hab ich gemauert. Da ist nicht so. Da ist nicht so. Ich gebe dir. Sch wollen euch mal auf die Bauch. Da ist nie so, wie wir sagen. Da ist, was ich. Bis zum nächsten Mal.